Grüße aus dem Nerdroom, willkommen zu diesem kleinen Info-Video. Ab sofort könnt ihr mich auf meinem Kanal unterstützen, indem ihr Kanalmitglieder werdet. Als Kanalmitglied bekommt ihr so ein kleines Icon, das dann neben euren Namen angezeigt wird, wenn ihr irgendwas kommentiert, dass jeder sehen kann, dass ihr mich unterstützt und ich werde in Zukunft auch für die Kanalmitglieder kleine Extra-Videos posten. Mir ist allerdings sehr wichtig, dass hier keiner was verpasst oder irgendwelche Nachteile hat, deswegen werden diese Videos halt hauptsächlich Entertainment-Charakter haben. Also irgendwelche Outtakes oder vorbereitende Coding-Sessions zu meinen Hauptvideos, beispielsweise in dem Video zu den Binärzahlen umrechnen. Da hatte ich ja diese kleine Subroutine in Basic, die aus den Malzahlen Binärzahlen-Strings macht. Und in dem Hauptvideo habe ich dieses komplette Listing dazu gezeigt, habe alles erklärt, wie es funktioniert. Und als ich dieses Programm geschrieben habe, habe ich allerdings die Kamera auch mitlaufen lassen. Und das wäre zum Beispiel jetzt so ein Extra-Video, das dann für die Kanalmitglieder ist. Ja, ich habe mich entschlossen, die Kanalmitgliedschaft anzubieten, um zum einen mehr Zeit in Videos und Themen einfließen zu lassen und zum anderen zukünftig noch in besseres Equipment investieren zu können. Wie gesagt, wenn ihr mich nicht unterstützt, also kein Kanalmitglieder werdet, dann verpasst ihr nichts. Keine Angst, soll keiner Nachteile dadurch haben. Also alle Tutorials und Videos werden auf jeden Fall weiterhin verfügbar sein. Es geht hier eigentlich eher so um ein kleines Goodie und als kleines Dankeschön um ein bisschen Extra-Entertainment für die Kanalmitglieder. Ja, Mitglied werden könnt ihr, wenn ihr unter meinen Videos oder auf meinem Kanal auf den Button Mitglied werden klickt. Da ist auch nochmal alles genau beschrieben, wie es funktioniert und was für Goodies ihr da erhaltet. Und ja, ich würde sagen, unabhängig davon, ob ihr Kanalmitglied werdet oder nicht, wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.